So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hellel, du bist mit mir in dem Crusader of Omaha Beach mit der deutschen Sniper. Ich hab keine Ahnung, wie die jetzt ist nach dem Update. Kann sein, dass sie geil ist, kann sein, dass sie scheiße ist. Sie ist okay. Ähm, ich leg mich hier oben jetzt rein und schieße sie ab, bevor sie auf Doc Green gehen. Hier oben am Strand. Ich hab da so einen Baum, da hüpf' ich immer rein und dann sitze ich mich jetzt wieder rein. Okay. Ach da, alles klar. Mein Baum, mein Busch, meine Hecke, wo ich mich immer drin verstecke. Äh, was? Hä? Okay, so geil ist die Sniper jetzt auch nicht mehr. Ich verstehe nicht, warum ich diesen Einschiss da eben getoren habe. Scheiße, verreißt das, Alter. Meine Fresse. Das geht besser als mit der Ami-Sniper. Die Ami-Sniper ist ja ein richtiger Rotz. Ich sag mal den Leuten vorm Bunker hier sind noch Feinde, direkt vor unserem Bunker bei Doc Green. Die Ami-Sniper ist ja ein schiff. Okay. Ich denke, ich bin davon aus dem Bunker. Wo siehst du noch hier? Ja, da auf enemy infantry ping, wo der Kommandant jetzt klingt, da ist genau einer lang gelaufen. 1, 2, 3, 4, 5. Also die Doyle-Sniper ist ganz gut, aber die Army-Sniper ist, äh, schlecht. Mich hetzt. Es kann sein, dass sie weiter am Strand spawnen müssen. Weil die nicht wieder im roten Bereich bauen können, deswegen überhaupt nicht vorankommen. Ich glaube die können nicht mehr weiter nach vorne pushen gerade. Ich habe zwar mehr offenen Spawns, aber die können eigentlich nicht weiter. So, jetzt sind wir auf die Karte, ja die Karte bestätigt bei der Anahme so ein bisschen. Ich weiß gar nicht. Ich weiß nicht, ob ich Treff oder nehm? Ich glaube ich sie ist da nehm. Ich weiß jetzt hier irgendwo irgendwo runter zu kommen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich komm zu dir nicht mehr ran. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Oh, Scheiße. Oh, Junge. Ey, da ist, da ist wirklich, da ist wirklich 21 nur. Ich habe nur 21 erschossen. Ach komm, das glaube ich nicht. Das war nur 21 jetzt? Ehrlich, das war nur 21? Krass, ich hätte gedacht, das wären bestimmt schon 50 oder so gefühlt. Das ist ja Wahnsinn. Na gut, das waren noch ja 7 Minuten, aber... Hart. Das ist hart. Jo, ich hoffe, dieses kurze Sniper Gameplay hat euch gefallen. So sieht das neue deutsche Visier aus. Falls ihr es mögt, lasst mir ein Like oder ein Abo da. Würde mich freuen. Und haut rein. Tschüss.